Ist das ein Junge mit dem Haarschnitt hier an der Seite oder ist das das dicke Mädchen? Ne, das ist die dicke Mädchen, das Junge. Ah, ok. Und jetzt zwei dann so glatt. Ist so rüde. Oh, du arme Kleine, du bist so weit gelaufen und kriegst jetzt nichts. Da ist sie, ne? Ja. Komm her, den kann ich nicht mit ansehen. Wenn du jetzt gleich da einschläfst und du das gekriegt hast. Dann musst du dich wieder auf die Socken. Mal sehen, wie jetzt herz ist. Das ist schon so ein Pulti nicht. Baby, wie knufft er immer so? Hahaha. 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 Die stellen sich jetzt zum Laufen, die ziehen nicht mehr den Po hinterher, sondern die stehen richtig gut. Ja. 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 Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Oder der 17. Oder der 17. Oh, das ist der 17. Ja. 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 Ich gehe mal auf die Toilette. Ja, ja. Wir warten jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Katie, komm mal wieder her. Komm mal, Katie. Laufen Sie nicht rund. Katie, komm mal wieder her. Komm mal zurück. Katie, komm mal wieder her. Gib mal wieder her. Komm. Geh mal zurück. Komm mal wieder zurück. Komm mal wieder zurück, Katie. Katie, komm. Vielen Dank.